Wir gehen jetzt auf Twitch und wir fragen jetzt einfach random irgendwelche anderen Streamer, die in unserem Bereich sind, ob die mit uns spielen wollen oder nicht. Wir gehen einfach mal auf Twitch und ihr macht mir gerne Vorschläge, wen sollen wir zuallererst fragen, Chad? Wen sollen wir zuallererst fragen? Wer, Dimi? Auf! Moin? Ich würde euch legit hier Winston machen. Ich würde legit hier Winston machen. Hallo. Wenn die jetzt keine Pocket Ash haben. Wer, Dimi? Bad Streamer. Willst du mit mir spielen? Hallo, Nose, hallo. Wenn die willst du spielen? Oh, Diggi, wir müssen hier ganz andere Sachen machen, Alter. Yo, wait, 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 Junge, das muss auf YouTube, Junge, verdammte Scheiße, sag nicht sowas, Alter. Oh, der ist sogar GM-Chad, Rody, fuck. Ich kann gar nicht mit dem Spielen. Was ist das denn? Was ist das für ein Follower-Alert, Alter? Okay, Chad, geh mal bei ihm rein und folg mal, Alter, was ist das? Also spielen wir mit dir immer, Alter. Oh, no, 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 no. Brace up, Brace up, no Rico. Okay, dann warte mal nach der Runde. Also, wir haben schon mal einen, Freunde, wir haben schon mal einen Tank. Wunderbar. Nächster? Wir brauchen den nächsten. Wir haben einen Tank. Nächster, Chad. Wir brauchen den nächsten. M, Dahl und Mainz, die sind sogar direkt zwei Spieler zusammen. Das wäre ja zwei zum Preis von einem, wäre ja perfekt, oder? Oder? Ich spiele ein Quickplay. Lydia. Lydia. Es Platin. Können wir mitspielen. Nicht so, die Hütte, nicht so. Macht euch keine Nose-Boom-Serie. Mann, bitte bennehm dich doch mal jetzt. Was soll das jetzt hier? Suchst du zufällig Leute zum mitspielen? Das Ding ist, wir spielen gerade Duo-Q. Okay. Verständlich. Irgendjemand will aber bestimmt mitspielen. Ah, guck mal, DPS. Und sogar am Smurfen, Junge. Brom-Bär-Brom-Bär-Sohn, Junge. Hallo. Hey, Guys. Chat, einfach mal bei Brom-Bär-Sohn reingehen und alle mal einen Porkchimp-Sperm, okay? Folgen und Porkchimp-Sperm, okay? Wir müssen den mal ein bisschen überzeugen jetzt hier. Ich drücke auch schon mal Folgen rein, damit der Formulärte geweckt wird. Komm. Komm, Chat, alle mal machen, komm. Er scheint nicht so überzeugt, Chat. Oh, Porkchimp! Alle mal Follower drücken. Was ist denn jetzt Phase hier? Nice, Soldier. Da sind anders viele im Chat auf einmal. Nice, Soldier, Porkchimp! Gleich zur Obnisch. Danke für die ganzen Follower, Bro. What the fuck? He doesn't know, Chat. He doesn't know. Fokus auf Game, Fokus auf Game, Junge. Fokus auf Game, komm, du machst das. Oh, Mann. Junge, Slan. Jetzt liest er das gleich vorher, Junge. Bitte, Slan, hör doch auf. Slan, hör doch auf, Digger. Lucky, dass der Huck dich nicht getroffen hat. Busch, Busch, Busch. Ja, rein, push, rein, bref. Also, ich bin gleich zusammen. Spielt ihr, sucht ihr noch Mitspieler? Alter, vielen Dank für all die Folutions. Vielen lieben Dank. Holy shit. Sucht ihr noch mal Mitspieler? Den sechsten darf nicht. Immer. Immer. Am besten immer gute Tanks. Kompetente Tanks. Kompetente Tanks? Da bin ich ja komplett raus. Au. Okay. So, Chat. Auch wenn da Gold wär, ist doch scheißegal. Auch wenn da Gold wär, Junge. Wird gesagt, dass ich Gold bin. Irgendwas soll da scheiß, Junge. Wird ihr mich verarschen oder was? Freunde der Sonne? Ja, also vielen Dank an die ganzen... Es geht los. Kein Problem. Bromsperson. Meine Damen und Herren, es geht los. Er ist mit dem Torjohn mit dabei. Und ich hätte gerne, wenn ihr jetzt in den Chat reingeht und einfach den Chat mit Paul Chimms zuschallert. Denn das Gameplay ist höchstens interessant, meine Damen und Herren. Sie haben es geschafft, kurz vor dem dritten Punkt zu halten. Und jetzt natürlich ist der Damage-Boost mit parat. Und der Bromsperson will natürlich jetzt hier übel schauen, dass er den Schaden einleitet und versucht natürlich da die Pelle so schnell wie möglich zum Stillstand zu bringen. Aber der Roadhog ist unter ihnen vorbeigezogen. Versucht auf den Flag zu gehen. Der Wind zu springen, direkt in die Backline rein. Die Anna, der geht seinen Kragen. Aber da kommt der Siebler raus. Nochmal richtig klatschen in diesem Moment. Die Rakete trifft zwar nicht ganz, aber trotzdem kann man da erstmal gegenhalten. Die Sombra sieht zwar gar nichts, sieht nur die Backline, kriegt sogar die Anna. Und damit ist natürlich ein Teil der Heilung weg. Aber zum Glück hat man da den Rest. Und jetzt geht's rein auf das Schwein, auf den Affen, auf die Tiere. Der Junge ist absolut kein Tierfreund, aber er will hier sein Team beschützen. Aber es reicht nicht aus. Die Backline stirbt trotzdem. Und die Helix-Rakete trifft nicht ganz. Jetzt kommt nochmal hier nochmal sein Hilfspaket raus. Aber die Brigitte ist einfach zu strong, obwohl die Nerfs bekommen hat. Das Team fällt um. Und Bromsperson, er versucht es. Er versucht es. Er weiß ganz genau. Er kann es carryen. Er hat das weiße Chat. Und da müssen die Porkchaps jetzt verdammt nochmal schallern. Verdammte Axt, Junge. Kollege. Was war das für eine Brigitte, Junge? Moncada mit dem absoluten dicken Flegel. Aber es ist noch nicht vorbei. Es stehen zwar 5 Minuten auf der Uhr, Freunde. Es stehen zwar 5 Minuten da ganz oben. Aber Bromsperson, er weiß, dass er es schafft. Es ist ganz noch oben. Wenn er jetzt den dicken Weiser rauskommt, Freunde. Und dafür brauchen wir ganz dicke Porkchamps. Porkchamp-Weiser in den Chat. Wenn es losgeht. Oh, es ist soweit. Die Grab kommt raus. Die Helix-Rakete ist drin. Und damit macht er es. Da kommen die Kins. Die Flux ist mit dabei. Die fliegen alle hoch in die Luft. Die Flapini haben die verlieren. Aber da kommt der Premier. Man hat es ja gesehen. Er hat die weiße Parade. Aber er kann nicht auf ihn irgendwie wegholen. Nein. Er steckt ihn da komplett wegen dem Weich. Und einfach in der Luft zerklatscht die Affe. Macht aus dem einen schönen Bananenbrei. Verdammte Angst, Junge. Der pflückt ihn einfach noch vom Himmel. Und jetzt muss er schauen, wie er sich davon wieder retten kann, Freunde. Brombs-Person versucht da mit aller Kraft irgendwie seine Kraft nochmal zu konzentrieren. Auf seine nächste Ultimate. Denn er ist der Einzige, der eine Ult hat. Der Rest hat nichts, Junge. Die machen absolut gar nichts. Was soll das, Kollege Rotox? Kriegt sogar nochmal einen Kill hier raus. Aber es reicht immer noch nicht. Oh mein Gott, Brombs-Person, Junge. Der muss da vorne, Junge. Kollege, was soll das, Junge? Nimm den High-Guard ein. Aber Gold 1 ab. Ist Gold 1 down. Der ist runter. Der ist down. Der Nano ist bereit. Die Kombination ist da. Er ist auf dem High-Guard unterliegt. Die Wabel steht zwar da mitten auf den Punkt, aber der andere muss auf dem Reinhardt. Der schallert richtig rein. Die Kills sind da. Und damit schafft er es, meine Damen und Herren. Wunderbar. Brombs-Person kann einen Feind hier verteidigen. Richtig stark gemacht, Brombs-Person. Oh mein Gott. Und jetzt nochmal der Flank, Freunde. Oh, Brigitte. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Brombs-Person hält immer noch die Position, Freunde. Und ich glaube, sie schaffen es. Vier Minuten sind zwar noch auf der Uhr. Aber sie machen es. Sie machen es. Sie schaffen es, Freunde. Es ist umkämpft. Aber er geht trotzdem raus. Komm, Junge. Mach es, Junge. Mach es, mach es, mach es. Wir gucken alle zu. Wir gucken alle zu. Sommer ist weg. Junge, Brombs-Person. Oh nein. Ich glaube, ich jetzt. Oh, schade. Oh, no, 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 no. Es ist an der Kiel. Es ist an der Kiel. Eigentlich wollte ich einfach meinen anderen Account spielen. Aber ey, hab ich jetzt auf Tank? Ey, wir machen das. Auf Tank kriegen wir hin. Nice, Mann. Was geht? Ein wunderschönes Mal. Endlich paar tolle Mitspieler. Mann, ich kann es echt nicht mehr fassen. Ehrlich, ich gehe ins Ranket rein. Morgen. Jedes Mal, ich queue rein. Und es kommen mir einfach irgendwelche. Mann, ich kann nicht mehr. Ich dreh durch. Ich dreh am Rad. Ich halte es nicht mehr aus. Aber jetzt mit guten Teammates, dann läuft es. Also rein in die Kiste. Nein. Ich mag deine Energy jetzt schon. Ja, nein. 2, 1. Round 1. Ach, du liebes Bisschen. Ei, 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 ei. Oh nein. Mal gucken, wie es läuft, Jan. Nein. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Okay. Go on my side. I can jump in. I can bubble. I have Widow, Widow. I'm looking for the... I can bubble, I can bubble. Yeah, yeah, yeah. I can jump. Yeah, yeah. 1. Go on. Where's your heart? Anna, Anna. Are you in front? Widow's top right. Watch out. Bobbio, Bobbio. Stay for Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Ryan, 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 Skill. Ryan on the front. Mikey. I am into. Neff in Rome. Widow's dead. I love you. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ryan sleeping, Ryan sleeping. You kill him. weiter Point Non slip None slip Guys Zarya x3 einer kommt zu mir E sans sleep ich hab die Mercy in die Graf denen Mercy in die Graf Nice nice Zarya auf watches Zarya Zarya auf έt quits身 goat geте из леaphaus Reeper behind us. Reeper behind us. Oh, nice nice. Rein is half. I will be killable. Okay, okay. Good job, good job. Good job team. Goddamn. I am even stronger. Enemy see. Tracer can still touch. Okay nice. Nice. von der wundervoll der wundervoll ist ein Barbar, Bier, Bumble! Giftleffzeit! Doom coming, DOOM. Du musst schwören, du musst schwören! Wieder n Yaap, wieder n ascwinch! I don't know right... Ok, ok, ok Glauben. Ho! Giftleffzeit! Hock, Hock, Hock. Anti! Hock, Hock, Hock. Bekehling, bekehling. Nice Ana. Ana, Ana, Ana. Ana, Ana, Ana. Auf die Weltkollege. Nice! Moving, moving, moving. I can bubble. Go, go, go. We're going, we're going. I grabbed Ana, I grabbed Ana. Both the bots. Ana, Ana, Ana. Point, point, point. Halk, 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 halk. Point, playing point, playing point. Aberrasch, ist der, der, der. Echo, Echo. Ball one, ball one. Okay. Echo kommt, Echo, Echo, Echo. Echo picking behind. Ana. Let's go, baby. Let's go. Erste Runde, direkten Win, Junge. Und rein. Und rein. Lass mal dein. Malediven. Hallo, Yoshi. Ich bin Jürgi1Feed. Ich bin Winstermain. Hallo. Hallo. Lass mal bitte deine Hamster, liebchen Küsschen. Ich gucke aus Frankreich, du weißt. Frankreich, küss mal ein Hamster? Okay. Junge, du musst aufpassen, Yoshi ist minderjährig Kollege. Was soll das, Junge? Live und streamst du dann noch, Junge? Klip, klip, klip. Polizei, hallo. Hallo, Polizei, Polizei. In der Seite. Es sind mal. Mardro ist 1, Mardro ist 1. Und Schiff. Ich bin Contesting die Payloads. Rine, 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 behind. Es ist 1. Mardro ist 1. Mardro ist 1. Oh, Junge, Maschala. kann ich nicht ich habe ich habe ich habe ich ich drauf Ich hab mich hämmern Junge. Hör mich. Ich wollte mich nicht drauf einlassen. Krass Alter. So viele neue Spiele, Overwatch macht ja wieder. Bedeckt Werbung. Die lernen gerade neue Overwatch. Ich mach mal den Maul. Papa, Papa darf ich Overwatch spielen? Ich bin Diamant geworden. Chat? Andere Streamer suchen oder wann? Hallo Nuzirino, ich spiel Raincat. WTF? WTF? Was ist das? Was ist das für ein Titel hier? Hallo Nuzirino, ich spiel Raincat. Hallo, was soll das? Du Weiß TV. Welche Edo bist du? I just call To say I love you I just call To say To say How much I care I just call To say To say Lol Nuzirino Ist doch jetzt ein Witz. Neorax, ein wenig herumdimmeln. Diamond Neorax, da ist mein Mann. Alter Jo, was geht? Und alles klar. Echt chillig, ne? Oh, warum net? Können wir mal, aber ja. Porkcham Ich würde zu lange sagen, gehen wir nochmal bei ihm ein Game rein und werden das Ganze dann kommentieren. Oh, bitte nicht. Freunde der Sonne. Der Beat ballert rein. Neorax bedankt sich für den Follow. Und jetzt geht es los, meine Damen und Herren. Alle mal bitte in seinen Chat reinkommen. Ganz kurz bei Neorax. Und dann den Chat zu sparen mit dem dicken Porkcham. Denn es geht los. Der Neorax trifft natürlich dringend. Denn Rock hits wieder mit dabei. Und jetzt hat er nur noch zwei Minuten zu verteidigen. Er ist kurz davor, seinen Griffithic Flux hier vorzubereiten. Kann noch mal den ganzen Damage anfangen. Sich ein bisschen zusätzlich ein Schild holen. Und jetzt geht es los. Die Tanks pushen nach vorn. Er sieht die Option, die Ultimate reinzuschmeißen. Alle fliegt dann nach oben. Und damit ist direkt der Sigmar down. Richtig schöner Kind jetzt hier vom Neorax. Damit kann er sich wieder den Vorteil ersichern. Und jetzt versucht er das Ganze hier auf dem Flank genauso zu machen. Versucht das Ganze aufzuräumen. Die Brick ist schon down. Und er spielt das entspannt hier runter. Ganz einfach. Neorax. Absolut hart am Carrying, Freunde. Und jetzt gleich beim nächsten Fight. Müssen die Porkchamps in seinem Stream einfach nur rattern. Ich bitte euch, Freunde. Alle mal bitte reingehen. Und der Neorax jetzt unsere Kraft geben. Denn er gibt hier echt alles und noch mehr, um diese Runde zu gewinnen. Und damit auch der nächste Rund. Sitz zwar nicht ganz. Diorisa kommt noch mal gerade so da vorne. Aber trotzdem. Imagine. Macht hier einfach den nächsten Frack richtig stark. Der nächste Headshot sitzt. Und jetzt geht er nach vorne. Diorisa wird noch mal angegangen. Die Leute fallen einfach um. Kittrick von zehn Spielern insgesamt. Absolut insane. Neorax. Der nickt einfach nur. Der weiß, Junge. Der ist gerade am abgehen, Junge. Und er grinst sehr fröhlich, Junge. Was ne Freudebacke. Der muss nur noch eine Minute verteidigen. Und dann hat er den Sieg hier in der Tasche. Aber uuuuhh. Nicht aufgepasst. Da hat der Chat abgelenkt, Freunde. Da hat der Chat abgelenkt. Aber trotzdem gibt er Vollgas, Junge. Die Musik knallert komplett durch. Und jetzt will er da verdammt nochmal den Sieg jetzt hier holen, Junge. Der Chat schallert hier die Popchaps raus. Nur noch 45 Sekunden. Aber der weiße sitzt bei den Gegnern. Und er muss nach vorne, Kollege. Nicht auf den Schild gucken. Guck aufs verdammte Game-Kollege. Neorax, Junge. Du musst das carry, Junge. Neorax. Alle zählen auf dich. Aber sein Team macht einfach noch mehr. Der beat sind. Die Ultimates wollen in den PS auch. Knallen hier komplett. Einfach nur alle um. Theories ersetzt waren nochmal die Bombe. Aber das bringt einen gar nichts. Der Besten nämlich. Der steht da wie eine absolute Eins. Und damit können sie das Ganze hier holen. Damit können sie das Ganze erst noch verteidigen. Und damit bleibt nur noch ein Fight übrig. Neorax will das Ganze hier halten. Hat keine Ult mehr. Aber trotzdem die Hoffnung und die Kraft des gesamten Chats. Ganz almost Deutschland. Schaut ihm gerade zu. Und er will einfach nur performen, Freunde. In den letzten Sekunden. Gegen Handzug. Holt ihn ab. Der Drache reißt ihn da fast ein Stück. Aber er kann das Ganze nochmal gerade so überleben. Soldier kommt da mittendrauf. Die Verlängerung tickt jetzt runter. Aber Neorax gibt nicht auf. Dennis Rock, der sitzt hier gegen Sigma. Der fliegt sein ganzes Leben. Wird dann nochmal angegangen. Wunderbar. Neorax kann das Ganze hier wunderbar halten. Kann sein Besten hier verteidigen. Und damit kommen die ganzen Kälte für seinen Team. Meine Damen und Herren. Ich kann es kaum glauben. Was geht ab. Und damit Neorax holt den Sieg. Und kann hier diese Runde gewinnen. Alter. Du hast gewonnen geholt. Puck. Hörst du deinen Hero. Warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte. Ach, der ist Open Q. Hat der gerade Open Q gespielt? Warte, da war doch Diamond. Warte, ich wollte das sagen, hä? Warte. Ich dachte, der wäre Diamond. jetzt mal ehrlich ich wollte schon sagen hätte es auch da mich wieso geht das nicht ich habe mich schon gewundert es macht alles sinn ist okay hey ist okay wir haben es jetzt eingebrockt wir ziehen es durch ja wir ziehen es durch wir ziehen es durch nicht der job nice nice we can go we can go we can go good job good job good job we got payload nice 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 mercy 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 nice one nice one okay 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 next fight try to bait out the bubbles and then we flux okay sorry behind us sorry behind us sorry one sorry one oh okay where's hawk behind eigentlich ganz gut dafür dass der gold da ist okay for the next site w Ah, ich schwöre wir wurden so hard debated, fuck. Also nichts gegen ihn, dass der Gold ist oder sowas, ne, es ist halt nur einfach die Diskrepanz ist natürlich dann zu krass, so und das, also ich will eigentlich nicht, weil das ist ja dann auch für ihn halt doof, wenn auf einmal gegen Leute spielen muss, die halt viel höher sind halt sehr. In Open Q ist leider nicht vergleichbar so ganz mit ROLLQ. Rotate, rotate, drop down. Product BN, ZH. ZH, 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 ZH. Muss er zurück? Hi crowd. Ok. Oh oh. Another point sign up. Lauf an yapıyor. Gut mal, eigentlich alles 34. Was hast du geschaut? Free. Bienvenido es vital. Ok. 's Madrid. Er ist 하rabe. K 완� audio. Ist er nicht schlecht, oder? Lass es einfach Jahreszeiten zu tun. Initiatives zum 1-2-2-2. Es geht. Sigma, 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 Sigma. Okay, careful. Ah, Ashton, Egon. Play with walls still. We can grab Jeng. We can grab Jeng this. If I get a chance. Ach, der hat gefressen. Okay, hei nun. Wappeln. I can't slap. No, I can't swim. We can go, we can go, we can go. Summer, we can go. I need to... Yeah, ich bin der Kahn. Okay, in front. Can you buckle me? Can you buckle me? No, 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 I can't. Hawk, Hawk, Hawk. I need to push. Use swords. Use your swag. Hawk, 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 Hawk. Kelbee. Hawk, Kelbee. Merci. Sigma, Sigma, Sigma. Nice, nice, nice. Sigma, 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 Sigma. Nice, nice, nice. Durf them. Sigma, Sigma, Sigma. Okay, Marcel. I am on fire. Everyone follow me. Everyone follow me. Push us on. I'm ready for battle. Just a scratch. Just a scratch. Yeah, we can't even get excited, nice. Okay, we can get ready. Come on, it's nice, Fetch. Mercy, Mercy, we can get ready. Mercy, Mercy. No, 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 no. Push cut, push cut. Fast, fast, fast. We can drag the entrance. Sorry, sorry, sorry. We can go. We can. We can. We can. Er ist stark, der ist insane, holy shit, der ist actually, also auf seinem Sigma, der hat gute Rotations gemacht, der ist nicht nur die ganze Zeit irgendwie Frontline, der spielt gut mit High Ground, ey, ich bin impressed, ich bin actually impressed von ihm, ich bin actually impressed, also das kann man ihm auch gerne sagen, der ist freaking insane für, für Dingsums, für seine Helo, es ist halt, er hat mich halt überrascht, weil ich halt wirklich dachte, er wäre halt Diamond, ne, er spielt aber auch wie ein Diamond, also ich glaube, der kann locker, ne, also der kann, locker, äh, auch Diamond spielen, so ich kann uns nicht töten, hoch 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 ooooyoyoy uyuyoy schulde holy shit ist okay, ich glaube bap, sloang, point, bap, sloang, point ich bin nopf, ich bin nopf oh, ich bin nopf okay ich habe nicht den punkt ist mein Name ist ja komplett vom anderen sternen wie gut spielst du dich bitte danke danke hast du das bei deiner arbeit gelernt oder was ich weiß auch nicht ich habe irgendwann ich habe ziemlich lange dms befehlt und war mir die wartet halt irgendwie zu lagen und da habe ich gedacht kommt nicht mal was trinkst immer gern also gesagt auch aber aber so hier eine alkoholisches getränk so ein aspach oder junge müssen wir einen trinken jetzt auf jeden fall nach den games 21 ich komme ich mag den richtig machen wir es einfach entspannt ehrlich ist einfach entspannt kultiv um ein bisschen